Und dann Moinsen zu, ich sag mal, allem zum VfB-Forum Schieber Eintracht Frankfurt. Diesmal wieder Podcast Audio Only. Wir haben am Anfang hier ein paar VfB-News zu besprechen, ein paar Geschichten. Dann haben wir natürlich die zwei Aktionen vom VfB diese Woche, die vielleicht ein bisschen außersportlich waren. Und dann natürlich vorberichtmäßig in Richtung Eintracht Frankfurt. Und kommt ja normalerweise, ich sag mal, als richtiger Talk oder in irgendeiner Form, ist immer dabei, der gute Benni, wenn es gegen Eintracht Frankfurt geht. Und der hat auch hier seinen kleinen Einspieler mit drin später. Legt mal los. Nummer 1 VfB-News. Und da Nummer 1 ist auch hier ein bisschen unterteilt. Also hier quasi der erste Unterpunkt, sag ich mal, vom Unterpunkt VfB-News ist das Pod Cannstatt Live-Event. Von meinen VfB, ST1, STZ, wisst ihr ja, wisst ihr auch, dass ich da ja auch mit am Start bin. Und da gab es am Montag in dieser Woche das erste Live-Event von den Kollegen. Das erste Mal Pod Cannstatt Live, Folge 266 war das dann. Und dann das erste Mal live mit Gästen. In Stuttgart war das Ganze mit Alexander Werle und Fabian Wohlgemuth. Sehr, sehr schöne Gäste eingeladen, war natürlich auch mit am Start, habe das Ding begleitet, dies, das. Und da gerne das Ding abchecken, gibt es auf Spotify als Podcast, haben wir es rausgearbeitet. Und auch auf YouTube wurde auch aufgezeichnet, nicht gelivestreamt am Montag, aber aufgezeichnet. Gibt es auch auf YouTube jetzt dann eben seit Dienstagnachmittagabend war das. Finde ich auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Da gerne reinhören, gute Gäste, gute Gespräche. Das ist der erste Punkt. Dann jetzt weiter mit so ein bisschen Transfergerüchten. Jetzt hier am Anfang auch eins, das noch sehr, sehr tief ist. Ist wieder ein Twitter-Gerücht, ist aber auch aufgenommen worden von, ich sag mal, so gängigen Transferplattformen halt. Foot Mercato hier in dem Fall aus Frankreich, weil es nämlich um einen geht von Lyon. Ein Innenverteidigertalent, Kellian Yahia. Dann ist immer der nächste Schritt, Copy-Paste. Wer ist das bei Transfermarkt.de? Da merkst du, der hat noch nicht mal einen Marktwert. U19 ist 17 Jahre alt. Also ja, noch sehr, sehr am Anfang des Gerüchts. Auch in Sachen, wie ich es auch gerne sage, in Sachen deutschen Quellen, in Sachen Mehrquellen, die es berichten. Aber da sollen wir wohl ja ein Auge auf ihn haben. Genauso wie Juventus, Mailand und Villareal. Ja, sehr interessanter Junge scheinbar. Ich kann euch da jetzt nicht mehr vorheucheln, vorlügen, dass ich den irgendwie mal hätte spielen sehen oder sowas. Kein Transferwert und so. Also viel mehr kann ich dazu nicht erzählen. Aber einen, den man vielleicht auf der Liste oder im Hinterkopf dann mal behandeln kann. Falls der vielleicht eben, wie ich so oft sage, falls er eben doch irgendwann später nochmal auftaucht. Gerasi ist natürlich auch wieder ein Thema. Newcastle hatte ich glaube letztes Mal auch schon so halb mit drin. Ich bin gar nicht sicher. Aber die sind scheinbar weiterhin interessiert. Und scheinbar laut Berichten auch sehr interessiert. Die wollen wohl auf jeden Fall die Klausel ziehen im Winter. Heißt natürlich nicht, dass er in Newcastle geht. Weil wenn die die Klausel ziehen, die 17,5 Millionen ist ja für die und für England-Klubs sowieso Peanuts. Ist ja nichts für die. Aber nur weil der Verein sie zieht, muss er nicht wechseln. Dann liegt es eben an ihm, ob er da Bock drauf hat. Das Einzige, was eben so Ausschie-Klausel immer für ein Verein halt scheiße ist. Der Verein hat überhaupt keine Reaktionsmöglichkeiten mehr. Also natürlich kannst du irgendwie dem das Ding abkaufen oder so Geschichten, was wir auch schon besprochen haben. Aber wenn die Klausel da ist, jemand die Klausel zieht, kannst du als Verein kein Nein mehr sagen. Das ist nur noch zwischen Spieler und dem Verein eben. Und die sind wohl sehr interessiert daran. Auch AC Mailand bleibt weiterhin in der Gerüchteküche. Die sind aber auch interessiert an dem guten Jonathan David von Lille. Also auch nochmal ein sehr, sehr starker Spieler dabei. Natürlich Klausel deutlich billiger. Wir reden ja hier von diesen 17,5 Millionen, die jetzt auch von jeglicher Seite berichtet werden. Also werden die schon auch in die Richtung auf jeden Fall stimmen. Ja, da haben natürlich auch ständig die Fragen an Wohlgemut, an Werle und so weiter und so fort. Werle macht es immer so ein bisschen ab damit nach dem Motto, jo, er fühlt sich wohl im Verein in Stuttgart mit der Familie, hat eine riesige Stellung im Verein. Natürlich haben wir eine Chance, dass er bleibt und so weiter. Er hat Vertrag und so was. Und auf mehr lässt er sich auch nicht ein. Was würde er auch mehr sagen so? Also ich bin auch weiterhin der Meinung, dass die Chance auf jeden Fall da ist, dass er bleibt. Also vielleicht nicht über den Sommer hinaus, je nachdem, wie es noch weiterhin läuft bei ihm. Aber so wie er jetzt gegen Dortmund zurückkam, wird er weiter treffen. Das ist die Frage, in welcher Höhe, in welchem Maße, wie oft er pro Spiel trifft und so was. Aber der wird weiter treffen. Und ja, Winter habe ich auch schon oft hier angesprochen. Bleibe ich dabei, dass der nicht wechselt im Winter. Weil auch Thema Newcastle, die ja ziemlich, ziemlich an ihm dran sein sollten. Klar, die haben Isaac, die haben Wilson. Da scheinen jetzt irgendwie welche ein bisschen Verletzungsprobleme zu haben. Aber was man nicht vergessen darf, das ist, dass kein Transfer, der jetzt dann irgendwie im nächsten Spiel bei Newcastle spielt. Das ist ja im Januar. Das ist Januar-Transferphase. Was ich meine Premier League wieder losgehe, wahrscheinlich auch Mitte Januar. Dann ist der Kollege ja auch direkt wieder beim Afrika Cup. Und bis dahin ist ja safe, zumindest mal einer von den beiden, Wilson, Isaac oder so, auch wieder fit. Oder fit genug, um zu spielen. Dann hast du einen Gerasi, den du dir kaufst im Winter. Und der halt gefühlt so richtig rein starten kann, irgendwann im Februar nach dem Afrika Cup. Dann ist er halt vielleicht da zweite, dritte Wahl. Also ich weiß nicht, ob das auch was für Gerasi wäre, was irgendwie Sinn macht. Ich glaube, der will schon auch spielen und Stammspielen. Das hat er bei uns auf jeden Fall drin. Und wie gesagt, mitten in der Saison sehe ich auch nicht die zwanghafte Notwendigkeit. Wenn der weiter so durchballert, dann kriegt der auch im Sommer genug gute Angebote. Deswegen, ich bleibe dabei, dass der im Winter in meinem Kopf zumindest bleibt. Dann habt ihr natürlich jetzt einige Gerüchte mit Ioannidis. Und da ist Frankfurt wohl sehr, sehr viel konkreter dran. Oder gut, der VfB wurde gar nicht genannt beim Plettenberg. Aber Kicker hat uns ja mit dem Spiel gebracht zumindest, sage ich mal. Und da ist wohl Frankfurt sehr, sehr weit laut Sky, laut Plettenberg. Das erste Thema kann man auch da so ein bisschen abhaken. Und was man auch sagen muss, wie gesagt, wenn Gerasi nicht wechselt, von dem ich ja nicht ausgehend bin, da kauft man auch keinen Stürmer. Das ist ja auch ganz klar. Bild heute noch mal was rausgebracht hier am Freitagmorgen. Und haben eigentlich auch nur das bestätigt. Newcastle ist dabei, AC Mainland ist dabei. Atletico bringen die auch noch mit ins Spiel. Und wo es da schon abgesagt haben soll, sind Klubs aus Saudi-Arabien. Aber ich glaube, das kannst du auch jedem nur, ja jedem, der so ein bisschen Anspruch an sich selbst hat, ich sage mal fußballerisch, sportlich, wie auch immer, kannst du es nur ans Herz legen, nicht nach Saudi-Arabien zu gehen. Warum sollen Gerasi gerade die Bundesliga zerschießen, um dann im Winter nach Saudi-Arabien zu gehen? Das macht ja gar keinen Sinn. Also das hätte ich sowieso für gegeben gesehen oder für, ja, voreingenommen gesehen, dass Gerasi nicht nach Saudi-Arabien wechselt, sondern dass es eher um Premier League und Co. geht. Nübel ist das nächste Thema, auch nur ein ganz kurzes. Da hat der Titel auch ein bisschen mehr Auswirkung oder mehr Kraft, als der Inhalt hat. So Nübel blüht beim VfG gerade auf, Umdenken beim FC Bayern. Aber dieses Umdenken bei den Bayern wird eben nur, ja, so leicht angesprochen und am Ende auch nochmal deutlich in Frage gestellt. Heißt eigentlich nur, und deswegen habe ich es auch nur mit reingenommen, dass wir ein bisschen Würdigung, dass natürlich Nübel schon eine bockstarke Saison spielt bei uns. Und dass die Bayern natürlich sich das angucken werden, aber auch hier der Artikel sagt, ey, wenn, und so gibt es ja, glaube ich, auch andere Gerüchte, dass wenn Neuer wieder verlängert im Sommer, je nachdem wie Neuer jetzt eben performt, aber selbst wenn er auf einem normalen und nicht mehr Weltklassenniveau performt, spielt Neuer bei den Bayern, ist ja auch ganz klar, ist da im Sommer auch keine Tür offen für Nübel. Aber wurde zumindest mal so leicht jetzt hier ein bisschen in die, ja, in die Richtung geschoben, dass vielleicht sogar, wenn Nübel weiterhin so Top-Leistungen bringt, vielleicht sogar ein bisschen mehr als Platz drei, sag ich mal, in der Tore-Hierarchie drin ist bei den Bayern, aber egal wie, glaube ich, auch das Nübel, wenn er weiterhin so gut abliefert, ja, mal gucken, wie es mit uns aussieht, ist nochmal ein ganz anderes Thema, ne, Nummer eins, Transfersumme, können wir das bezahlen, wurde ja mal berichtet, das geht nicht, Gehalt genauso wenig, hat er jetzt ja auch schon irgendwie die Hälfte oder sowas an Anbüßen gemacht bei uns, also wenn er sein volles Gehalt bekommt, dann mit einem festen Transfer, wird das auch schwer, Konkurrenz wird da sein im Sommer, Premier League und so weiter, habe ich auch schon mal angesprochen in einem anderen Video, ja, und dazu würde der Nübel auch irgendwo richtig, richtig sicher und lange Stammspielen, weil er es bei uns machen will, kannst du eben bei uns auch im selben Atemzug gleich Dennis Simon verkaufen, so, weil das, wenn du jetzt einen Nübel holst mit 27, der zockt dir hier nochmal, gut kann natürlich sein, dass der dann noch besser spielt und in einem Jahr wieder zum Top-Club wechselt, ne, aber so vom Ding her, verstehe ich glaube ich, was ich meine, Nübel holst mit 27, der dann noch gefühlt sechs Jahre auf Top-Niveau spielen kann, voraus jetzt, er macht das bei uns, ne, beispielsweise jetzt in dem Fall, dann brauchst du auch keinen 17-, 18-jährigen Dennis Simon, wenn wir sechs Jahre lang sagen, ja, wir ziehen dich hoch hinter Nübel, so, deswegen ist das Thema, ob Nübel bei uns weitermacht, im Sommer sowieso nochmal ein anderes, aber vielleicht sind sogar die Bayern ein bisschen noch mehr Thema, als man es vielleicht gedacht hätte, auch eben nach den letzten Jahren von Nübel auf Leibas bei, Monaco und so weiter, Waldemar Anton hat dich auch angesprochen, dass da ja mal Wolfsburg interessiert ist und Leverkusen vor allem interessiert ist, kam von Kicker und so weiter, jetzt war er beim Sky-Interview unser guter Kapitän und hat da auch ganz klar gesagt, so, wenn es meiner Familie gut geht und mir gut geht, ist es für mich sehr schwer, vollstippbar nicht zu verlängern, also geht ja auch um Thema Vertragsverlängerung, ich bin mir gerade gar nicht sicher, der müsste doch dann bis 25 gehen, glaube ich noch, das glaubt keiner mit 24, dann müsste es bis 25 gehen und eben genau dasselbe, das hat er auch quasi im Kontext eben mit einem Wechsel gesagt, logischerweise und deswegen ist das Thema für mich auch abgehakt, war es für mich eigentlich auch von Beginn an, weil klar, vielleicht im Sommer, vielleicht wenn man mit der Vertragsverhandlung irgendwie Quatsch baut, was weiß ich, aber jetzt im Winter auf jeden Fall mal gar nicht und sonst sehe ich auch keinen Grund, warum Anton gerade wechseln sollte, Leverkusen musste gucken, wie lange der in Anführungszeichen Hype noch läuft, wenn die jetzt im Sommer dann auch sagen, Alonso ist weg, Wurz ist weg und so Geschichten, die haben ja einen Top-Kader, aber wenn die nichts holen oder wenn die jetzt in Anführungszeichen ja einfach Begehrlichkeiten wecken, auch im Sommer, könnte es da auch schon ziemlich heftigen Einbruch geben im Sinne von sehr, sehr viele Abgänge bei Leverkusen und wenn nicht mal die, die Top-Top-Top-Mannschaft, die sie jetzt gerade sind, im nächsten Jahr, Wolfsburg für mich auch sowieso, wie im letzten Video gesagt, komplett außer der Debatte, so warum will ich jetzt Anton zu so einem seelenlosen Klub wie Wolfsburg, vergiss es, von dem her habe ich bei Anton wirklich überhaupt keine Angst, dass der wechselt, also ein Anton-Wechsel wäre für mich echt so eine Form von Endo-Wechsel, da muss irgendwas komplett Verrücktes kommen, irgend so ein Traum kommen für Anton und das käme aus dem absoluten Nichts, weil ich meine bei Endo haben ja auch alle gesagt, wenn einer nicht wechselt, dann Endo so vom Gefühl her, vom Bauchgefühl her und sowas ist so ähnlich, weil es auch bei Anton, wenn der wirklich wechselt, dann muss ja schon irgendwie was ganz Wildes passiert sein und dann kann man auch direkt überleiten ins Thema, zu wenig VfB in der Nationalmannschaft, wir haben das Debakel gesehen, gegen die Türkei 2-3 verloren, in Österreich ja komplett Baden gegangen mit 2-0, immer verdient verloren, das ist schon gerade komplett unterirdisch, wir jetzt gar nicht hier in das VfB, wir haben jetzt gar nicht so tief auf die Nationalmannschaft eingehen, aber ich hoffe schon, also ich wüsste nicht warum, aktuell sehe ich keinen Grund warum, aber ich hoffe einfach mal, dass es bei der EM besser wird und vielleicht wird es ja besser mit mehr VfB-Spielern und so, jetzt mal ganz klar, Vereinsbrille ist klar, aber zumindest kannst du jetzt auch, du musst jetzt diesmal nicht sagen, ey, Anton spielt doch voll geil und guckst auf Platz 16, sondern kannst sagen, ey, die kicken doch voll geil und guckst auf Platz 3, so, auf Platz 3, auf Platz 4, irgendwo in der Top 4 halt, wo wir die ganze Saison dabei waren und mein Anton ist ein Thema, ich glaube, da wurde auch drauf angesprochen auf der Nationalmannschaft, war da, glaube ich, ein bisschen entspannter, was willst du als Spieler auch anderes sagen, kannst ja nicht irgendwie den Dicken raushängen, lass nicht irgendwelche Interviews zum Spiel bei der Nationalmannschaft, hier, Anlass war quasi eine Grafik hier von Transfermarkt, die wertvollsten Nicht-Nationalspieler, da ist Undav auf der 4 mit 10 Millionen und Nübel geteilt auf Platz 9 mit 8 Millionen, gut, Nübel ist halt nochmal so ein schwieriges Thema, weil Keeper haben wir echt viele, Undav ist vielleicht echt eine Idee, wenn man da vorne, keine Ahnung, Vöhlkrug, Duksch und sowas rumrennen siehst, Havertz, Müller, ne, also ich meine, so viel schlechter macht es ein Undav da vorne bestimmt nicht, aber noch viel mehr ist natürlich ein Anton, ganz klar, der macht es auch nicht schlechter als ein, gut, Rüdiger ist ein Top-Verteidiger, ne, aber Nationalmannschaft irgendwie nicht so ganz auf Top-Niveau immer, und dann haben wir, was haben wir da noch so rumrennen, ne, ein Süle, ein Schlotterbeck und so Geschichten, Tag, gut, das ist auch gerade gut in Form, aber ein Anton fällt für mich halt zumindest absolut nicht ab, also den kannst du auf jeden Fall mal mitnehmen, würde ich sagen, und sonst kannst du ja für einige mittlerweile fast einen Case machen, Führig ist ja klar, wäre eh dabei gewesen, aber in Fakt, selbst ein Stiller, wenn ich mir dieses Mittelfeld da teilweise angucke, was sie da machen, oder wie eben manche, die im Verein Top-Performen, in der Nationalmannschaft eben nicht so Top-Performen, ne, Thema Gündogan, vielleicht auch Thema Kimmich so ein bisschen, da wäre Stiller vielleicht, das ist natürlich so ein bisschen noch weiter hergeholt, ne, weil auch noch Sau Jung und auch noch U21 gespielt, erst vor kurzem gefühlt, aber selbst ein Stiller würde es da auch nicht schlechter machen, also da haben wir halt echt viele mittlerweile, wo man echt auch begründet, würde ich damit sagen, begründet fordern kann, dass noch ein paar mehr VfB-Spieler in der Nationalmannschaft einrücken, aber um da ein bisschen zurückzurudern auch, es ist auf jeden Fall schon mal sehr schön, dass jetzt auch Führig auch das zweite Mal dann am Stück nominiert wurde, jetzt leider eben der Infekt, aber zumindest haben wir da wieder einen, der da scheinbar echt so ein bisschen seinen Platz gefunden hat, und wenn Führig mit zur EM fährt, wäre es echt eine coole Sache, auch für einen VfB natürlich. Und da ist der Klassiker eingetreten, wie soll es auch anders sein, Stunde aufgenommen und danach kommt noch was, ich habe aber verhältnismäßig Großes in Sachen Meldung, nämlich Fabian Bredlow hat verlängert, VfB-Keeper, aktuell Nummer zwei, muss man auch sagen, so wie es wirkt, bin ja nicht vor Ort, ist ja klar, aber so wie es wirkt, absoluter Teamplayer, absoluter Vorzeigeprofin, auch die Verlängerung zeigt es nochmal, weil letzte Saison war ja doch nach dem Müller-Wechsel zu ihm quasi, Stammkeeper, dann kommt Nübelz oder ganz klar die Nummer zwei, weniger Einsätze, aber nie irgendwie meckern gehört, gar nichts, auch vor allem eben medial nicht, ist ja auch klar, und sein Vertrag wäre im Sommer ausgelaufen, nun haben wir uns nicht auf eine Verlängerung verständigt, bis 2026, also zwei Jahre verlängert, von 2024 bis 2026, ja, er ist froh und dankbar, dass der Verein auf ihn zugekommen ist und den Vertrag verlängern wollte, Vertrauensbeweis, über den er glücklich ist, fühlt sich hier beim VfB und in Stuttgart mit der Familie rundum wohl, das heißt, da haben wir sehr wahrscheinlich auch, wie gesagt, vorhin angesprochen, Nübel und so, mal gucken, wie es nochmal aussieht, aber sehr wahrscheinlich, sage ich mal, für die nächsten Jahre unsere Nummer zwei, auf jeden Fall schon mal klar besetzt im Tor, guter Mann auf jeden Fall und deswegen auch gute Verlängerung. Und dann der letzte Punkt in dem VfB-News-Teil hier und eben auch dem Transfer-News-Teil, sage ich mal, mit so der größte, würde ich mal behaupten, hier gleich Namen sind größer, Gerasi, Anton und so weiter, aber die Klarheit ist hier schon ein bisschen deutlicher, was der Kicker hier auch rausgehauen hatte, die VfB-Pläne mit Castanaras, Eckloff, Massimo und Haraguchi, nur einer soll über den Sommer hinaus bleiben, also quasi ein Quartett aus der zweiten Reihe im Kader, hat lautem Kicker, ich glaube, auch andere haben es auch aufgegriffen, ja, quasi Freigabe bekommen, Massimo, darum geht es, Haraguchi, das ist sowieso klar, haben wir auch schon ein paar Mal berichtet, dass da auch schon im Winter zu was kommen könnte vielleicht, die Zeit ist auf jeden Fall durch und der Vertrag läuft eh auch nur bis Sommer bei Haraguchi, gut, bei Massimo, Eckloff und so ist das glaube ich das Gleiche, ich weiß gar nicht, Castanaras bis noch viel länger Vertrag haben, aber Eckloff hat glaube ich auch nur noch bis 24 und Massimo glaube ich auch und ja, der Einzige, der davon so ein bisschen noch eine Chance haben soll beziehungsweise nicht komplett abgegeben werden soll, ist eben auch der gute Castanaras, der gute Jugendstürmer von uns, denn der soll vielleicht verliehen werden, auf höherem Niveau eben zu spielen, spielen zu können, dann eben als Regionalliga mit dem VfB 2, vielleicht dritte Liga, vielleicht sogar zweite Liga irgendwo hinzuverliehen, hinverleid zu werden und dann der auffälligste Name hier, der eben dann doch keine Zukunft hat, so wie es hier klingt, Lilian Eckloff, wie gesagt Haraguchi, bisschen klar, Massimo auch fast bisschen klar, das sah es echt in Ordnung aus, in der Sommervorbereitung ein paar Einsätze bekommen, können wir daran gelegen haben, dass jetzt auch ein Wagnermann dann eben lange verletzt war, jetzt ist die Position noch ein bisschen mehr aufgefüllt, selbst Niveling hat es recht gut gemacht, gegen Dortmunder auf dieser, ich sag mal Wingback-Position mäßig auf rechts, deswegen auch da klar, und diese komische Leie in der zweiten portugiesischen Liga, da war für mich Massimo eh schon so ein bisschen, ja, aus dem Kopf, jetzt ist das auch jetzt wohl wieder, Casanaras verliehen, ist ja auch klar, Stürmer, wie willst du da gerade reinrücken, bei uns vorne in den Sturm, da ist einfach zu viel, aber eben, Thema Eckloff, hat man sich sehr, sehr viel erhofft, 21 Jahre alt mittlerweile, dem hat es halt wahrscheinlich echt komplett zerschossen, mit diesen ganzen Verletzungen, wie lange war der weg, ein Jahr, anderthalb, vielleicht sogar zwei in Summe oder so, der war verdammt lange weg, mit Verletzungen, ich glaube sogar zwei schlimme Verletzungen, wenn ich es richtig im Kopf habe, war ja schon in der zweiten Saison, hier 1920 so ein bisschen am Hochkommen, natürlich auch aus der Top-Jugend vom VfB, die immer hier, ich glaube, Pokalsieger wurde und so Geschichten, da auch eben auch einer der Jüngsten gewesen, Lillian Eckloff, hat man sich viel erhofft, der hat auch ein paar gute Spiele gehabt, so hat auch so eine kurze Phase gehabt, wo er auch mal ein, zwei Mal in der Startelf war, ich glaube unter Materazzo war das noch, aber jetzt gerade muss er halt auch ganz realistisch sagen, der kommt vielleicht mal ein bisschen von der Bank hier und da, ich glaube, dem kannst du auch nicht abreden, dass er nicht immer alles geben würde oder was versuchen will oder sich rankämpfen will, aber ich sehe halt den Platz nicht im Kader, so ich würde es mir so wünschen, weil er ist ein Jugendspieler, ist ein Talent, ein Talent, was auch schon seit Jahren gehypt ist, deswegen hoffst du da auch ein bisschen, dass da auch ein bisschen was nachkommt nach dem Hype, sage ich mal, aber die Zukunft ist da glaube ich nicht so da, also ich meine, 10er-Position bei Eckloff, von mir aus hat er auch schon mal hier diesen 8er, 6er gegeben, so ein bisschen, da hast du einfach zu viel Konkurrenz, Mio, Young, und auf keiner zocken, auch in Führig kann er zocken, gehst zurück, dann hast du auch Mio noch dabei, weitesten sind ja auch noch Karasso, Stiller, da ist halt kein Platz für, in Eckloff aktuell, so dafür spielt er auch nicht überragend genug, um sich an den vorbeizuschieben, oder in Einwechslungen so auffällig genug, um das zu tun, deswegen kann man es glaube ich schon gut verstehen, warum da vielleicht dann doch das Thema vorbei ist, eben im Sommer, Vertrag läuft ja aus im Sommer, gucken, wo es für ihn dann hingeht, wenn ihn, wo es für ihn weitergeht, dann ablösefrei im Sommer, wenn das eben alles so stimmt, wie es hier berichtet wird, wenn es ja kein Umdenken mehr gibt, mehr als 10 Jahre beim VfB, deswegen tut es natürlich schon so ein bisschen weh, aber der Kaderplatz, die Planschelle, sag ich mal, auf der Position, die ist halt dermaßen zu, und deswegen, ja, würde ich es schon auch verstehen, wenn es da vielleicht nicht die größte Zukunft gibt, mehr mit Eckloff. Machen wir weiter, mit dem ersten kontroversen Thema, jetzt kommen die zwei hier hintereinander, so wie es der VfB auch gemacht hat, dann haben wir von zwei Tagen, zwei, ja, ich sag mal, unbeliebte Sachen, oder kontroverse Sachen, wie auch immer man es formulieren will, rausgebracht, veröffentlicht, Nummer 1, haben sie auch angekündigt gehabt, kam am 21. November, ein Kunstwerk aus Cannstatt, das Stuttgart-Trikot, ne, Kunst, Art, ähm, ja, Kunst und Fußball verbunden, VfB schreibt auf ungewöhnliche Weise, Design vom Künstler Tim Bengel mit Jako und dem VfB, ähm, ja, das Außergewöhnlichste seiner Vereinsgeschichte, schreiben sie hier, kommt aus Essingen, gute, gute Tim Bengel, schwarz, weiß, gold gestaltet, Querschnitt eines Filderkrechts, Krautkopfes, dem in unserer Region angebauten Superfood, mh, danke dafür, ähm, ja, was willst du dazu groß sagen, da gibt es viel anzusprechen, bin ja gerade noch auf der VfB-Seite bei dem Ding, ne, hab auch schon auf Instagram, meinen Samper zugegeben, in der Instagram-Story, kurz und knackig, ja, ich bin kein Fan davon, so machen wir es ganz simpel, ich bin da kein Fan davon, auf 18,93 Exemplare war es limitiert, ähm, entsprechend liegt der Preis mit 189,30 Euro, deutlich über dem eines regulären Trikots, der Satz tut mir, der stört mich auch ein bisschen, so ist es möglich, 10% des Erlöses an die VfB-Stiftung Brustringen, der Herzen weiterzugeben, die auf diesen wichtigen gesellschaftlichen und sozialen Projekten in der Region zugute kommt, ja, ist schön, Stiftung, schön, aber ist so zu formulieren, wir haben das Trikot auf 190 Euro hochgeballert, und so ist es dann möglich, 10% des Erlöses weiterzugeben, ja, nee, also missbraucht bitte dieses VfB-Stiftungsding, oder dieses, generell dieses Ding von, ja, wir machen das und das, aber kommt ja einem guten Zweck und sowas, missbraucht es bitte nicht, also das ist ja komplett albern, als wäre das nur möglich gewesen mit einem 190 Euro Trikot, so wird es ja so ein bisschen formuliert, und das ist halt kompletter Quatsch, das ist einfach schön reden von der ganzen Geschichte, ähm, ja, zumindest, ich sage, mich stürzt es ja auch nicht so intensiv, wie es andere stört, aber zumindest auf dem Brustringen ist dann kein Windermax drauf, sondern eben Stuttgart, ähm, ja, aber, das Thema ist hier schon abgehakt, weil die Dinger sind ausverkauft, die Dinger sind ausverkauft, alle 1893 Exemplare sind weg, äh, ja, ich komme gleich noch so ein bisschen mehr Meinung, aber da muss ich mir echt überlegen, wer, wer sind diese 1893 Menschen, die sich dieses Trikot gekauft haben, so, mein, davon sind halt echt gefühlt wieder, was weiß ich, übertrieben gesagt, überspitzt gesagt, 1000 Stück auf Ebay, das ist ja auch ganz klar, das ist ja der normale Lauf bei so limitierten Sachen beim VfB, da wissen wir, noch während die Dinger im Verkauf waren, noch während die Warteschlangen liefen, wurden schon Dinger für 350 Euro auf Ebay verkauft, und so Geschichten, also ganz, ganz bodenlos, was immer wieder passiert, muss man auch mal ganz klar sagen, ganz, ganz bodenlos ist es, wieder verkaufen und vor allem eben auch für mehr, für deutlich mehr wieder zu verkaufen auf Ebay und sowas, ist absolut gottlos, ja, das Trikot, muss man halt ehrlicherweise sagen, es gab ein paar Teaser, es gab ein paar, ja, Bilder davor und sowas, und da hat man schon leicht die Angst bekommen, man hat gesehen seine, seine Grafiken, klar, dieses hier, was war das jetzt hier nochmal, kriegt es gar nicht mehr, kriegt es gar nicht mehr zusammen, Filterkrautkopf, genau, ist so ein bisschen sein, sein Ding gerade hat man gesehen, und das war auch so weiß und Gold und so, und schwarz und Gold und so, hat man schon ein bisschen gehofft, boah, jetzt so ein knackiges Trikot, so ein schönes Schwarz, und eben auch so ein glänzendes, edles Gold, sag ich mal, Schwarz-Gold, kannst nie groß was mit falsch machen, hast das Wappen gesehen, boah, Wappen sieht geil aus, Schwarz-Gold, und dann gab es so ein paar Screenshots, so ein paar kurze Standbilder, wo man gesehen hat, ja, beim Rest vom Trikot, das Ding schwarz-weiß ist, und so ist es jetzt halt auch, und da muss man halt sagen, ja, Jungs, Chance vertan, also aus meiner Meinung nach, Riesen-Chance vertan, macht das gesamte Ding, macht das Design von mir aus so, wie es ist, sieht ein bisschen komisch aus, sieht ein bisschen Zebra-mäßig aus, manche sagen auch, das ist quasi, das nächste Freiburg-Trikot, nur halt viel, viel teurer, weil die haben auch so ähnliche Muster, oder ähnliche Farben und sowas auf dem Trikot, aber macht das Ding doch einfach Gold-Schwarz, bitte, Gold-Schwarz, machst du nichts falsch mit, das hätte so geil ausgesehen, man sieht es ja am Wappen, wie geil das hätte aussehen können, ich habe doch genug VfB-Leute, oder VfB-Fans, die das eben dann auch nochmal anders designt haben, mit Schwarz-Gold, oder mit einem anderen Muster und so Geschichten, ja, und da muss man halt ganz simpel sagen, klar, ist immer leicht gesagt, auch von uns aus, weil wir sind ja quasi VfB-Fans aus der Bubble und so, aber die Fan-Designs haben es einfach besser gemacht, als das, was da jetzt für 190 Euro auf den Markt gekommen ist, ganz simpel, ist einfach so, die tragen das Ding auch gegen Bremen, also daran schon mal gewöhnen, mein Stadionblick ist ein bisschen weiter weg, aber die tragen das Ding auch gegen Bremen, ähm, ja, ich finde es, muss auch nicht übertreiben, ist ja auch ganz klar, ne, ich überspitze hier vielleicht ein paar Sachen, aber, ich finde es echt nicht schönes Trikot in erster Linie, dazu eben der Nebeneffekt, dass es so dermaßen überteuert ist, komplett überteuert, 190 Euro ist ja wirklich abartig, muss man ganz ehrlich so ausdrücken dürfen, wie gesagt, diese 10% Erlöse an VfB, schon gerade schon angesprochen, das ist einfach Schönrederei davon, von dem Quatsch, ähm, wie gesagt, Riesenchance vertan mit dem Design, mit den Farben, meine Frage auch hier wieder, gerade schon angesprochen, wer kauft es, wer kauft es, meine, Leute haben es gekauft, vielleicht viele, weil sie denken, irgendwie später teurer verkaufen, oder ey, limitiert, ich muss das kaufen, keine Ahnung, warum man das kauft, wenn du einfach Kunst interessierst, kann man ja auch sein, weil da ist eben das andere Thema, nicht die Frage, wer kauft das, sondern wer soll das kaufen, wer ist die Zielgruppe, was soll das, so, Fußballfans, VfB, 85.000 Mitglieder, Fußballfans, und du wirfst uns hier irgend so ein komisches Trikot raus, für 190 Euro, Kunsttrikot, Filterkrautgedöns, hey Jungs, ist halt so fernab der Zielgruppe, das, das verstehe ich halt nicht, klar, kannst du rausbringen, und das Argument ist immer, auch beim nächsten Thema wieder, immer, dass du es nicht kaufen musst, ist ja ganz klar, ist nur ein Angebot, keiner wird gezwungen, das zu kaufen, nur weil sie es rausbringen, ne, aber ich finde es halt schade, damit so ein bisschen, ich sag mal, ein Sondertrikot zu verschwenden, ganz doof gesagt, ich glaube, die Kollegen haben es auch gesagt, im STR-Podcast, ja, bring halt einfach ein geiles Trikot raus, ne, 130 Jahre VfB, bring dazu was raus, oder so, aber so hast du halt einfach irgendwie, ein Sondertrikot verschwendet, plus, du kannst es mir auch nicht ganz herleiten, oder nicht, mir kannst du es einfach nicht gut verkaufen, die ganze Nummer in Summe, so Trikot, Design, Kunst und Fußball und VfB, der Preis, diese schöne Rederei mit Erlös, und so weiter, und so fort, mir kann es die Sache einfach nicht schönreden, finde ich sehr, sehr schade, die Aktion. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, den ich hier bei mir in der Notiz quasi drin habe, als und dann noch Collectibles, Punkt, 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 sondern wir haben dann nach dem Sondertrikot auch noch das, so hat es sich gedacht, komm, wir wissen, da kommt vielleicht ein bisschen Shitstorm, der auch hier kam, und auch hier, finde ich zumindest, berechtigt kam, in weiten Teilen, komm, hau mal das lieber zweimal am Stück raus, nehmen wir das beides auf einmal mit, und dann ist erstmal Ruhe, hoffentlich. Sammelkarten auf einer digitalen Plattform, der VfB geht neue Wege des Fan-Erlebnisses, in Statt mit einem eigenen innovativen Tool, die digitale Sammelplattform VfB Collectibles, ne, schönes Ding, einfach, ne, digitale Karten, früher hattest du es auf der Hand, früher hast du irgendwelche Match-Attacks oder so, ich glaube, selbst der VfB hat damals selber eigene Karten, zumindest eigene Stickers und sowas gebracht, jetzt kriegst du es halt online, die Dinger kosten natürlich, man kann Packs ziehen, mit den Karten sind immer Mehrwerte verbunden, im Sinne von, ja, irgendwie, was hatte ich hier zum Beispiel, 35% bei Yako und so Geschichten, oder auch halt, ja, ein paar Gewinnspiele, ne, mit ein bisschen Glück, kriegst du irgendwie ein Trikot, ein Trikot mit, mit Unterschrift drauf und sowas, oder noch ganz größeren Stile, irgendwelche Meet-In-Greets und sowas, kann man sich alles mal ein bisschen durchklicken, bei der VfB Collectibles Seite, da gibt es natürlich ein paar Vorteile, die damit verbunden sind, ja, Trikots, Tickets treffen mit VfB Legenden, hier steht es nochmal, die Sammelleidenschaft wollen sie da, wollen sie da ansprechen, gibt Legendenkarten von Hildebrandt und Kakao aktuell, man kann miteinander tauschen, und auch hier wieder, 10% der Erlöse kommt der VfB Stiftung zugute, ja, das ganze Ding ist, ist, ist gelauncht, ähm, Vorbereitungsphase läuft da gerade noch, noch sechseinhalb Tage irgendwie, was das Ganze am Anfang gab, die ersten 1893, die sich eingeloggt haben, äh, haben so Gratiskarten bekommen, also ein Pack mit einer Gratiskarte, ähm, man konnte sich da einloggen, direkt über den VfB Website loggen, hat auch ein bisschen gehangen, aber ging irgendwann, ist auch mal gemacht so, weil ey, wenn was gratis ist, warum nicht, hab ein Nübel gezogen, und das war's auch, ich glaub, sonst wäre ich die Seite wahrscheinlich nie wieder öffnen gefühlt, ähm, das ist, ja, so ein, so ein Ding generell, ne, kann man Fan von sein, muss man vielleicht Fan von sein, um's zu feiern, weil das ist halt diese Richtung von, ne, so Online, Online-Guthaben, so Online-Geschichten, digitales Geld, mehr oder minder, diese NFT-Richtung und sowas, das ist so nicht ganz meins, weil ich bin ein bisschen, obwohl ich ja auch nicht alt bin so, aber vielleicht ein bisschen ältere Schule, weil ich hab früher halt auch gesammelt, Sticker gesammelt, Karten in der Hand gesammelt, ähm, und jetzt, ja, halt, digitale Karten, da fang ich nicht viel mit davon an, vor allem eben, wenn's kostet, ne, warum soll ich mir da jetzt ein Pack kaufen, warum soll ich mir irgendwelche Online-Karten, warum soll ich mir eine Legendenkarte von Kakao online kaufen, für 250 Euro, so, warum denn, so, weshalb, so, welcher normale Fan tut das, warum, versteh ich nicht so ganz, weiß ich, wen sie da genau ansprechen wollen, vielleicht gibt's da eine Zielgruppe, ähm, zumindest seh ich das nicht ganz, ähm, dass das jetzt irgendwie der geile Move im Digital-Zeitalter ist, vielleicht, keine Ahnung, bin ich da nicht nah genug an der, in Anführungszeichen, Jugend von heute oder so, aber ich seh's auch nicht, dass die da jetzt irgendwie voll drauf abfahren, keine Ahnung, also seh ich nicht so ganz tatsächlich, ähm, und auch da, ne, Thema, Thema Digitalen, so Geschichten ist ja genau das Gleiche, also, mir gefällt es halt, wenn ich was auf der Hand hab, so, oder halt einfach beides, auf der Hand und mobil, wie die Dauerkarte zum Beispiel, schön, das Ding, die hybride Dauerkarte auf der Hand, oder wenn ich's halt irgendwie vergesse oder so, eben als Backup dann nochmal, ähm, auch mobil dabei zu haben, das ist so die perfekte Lösung, ich find's auch da immer schade, dass du jetzt mittlerweile auch bei jedem Ticket und so, gut, Frankfurt war jetzt meine Ausnahme für, für morgen dann, da hast du's halt leider nur Print bekommen, nur als richtiger Papierdruck, richtig schön gedruckt, aber auch halt eine richtige Karte so, aber halt nicht digital dazu noch, also das Backup fehlt dann so ein bisschen, ähm, aber sonst kriegst du ja auch jedes Ticket nur noch als Print at Home, oder nur noch in deine Wallet rein, find ich auch ein bisschen scheiße, Papiertickets fand ich schon geil, aber es ist ein bisschen, bisschen außerhalb von dem Collectible-Thema, aber schon auch so ein bisschen dazugehörend, und interessant ist da, wurde auch von ein paar Leuten auf Twitter rausgearbeitet, oder rausgefunden, oder nochmal hochgeholt, der VfB hat sowas ähnliches schon mal gemacht, und das ist, glaube ich, auch nicht so geil angelaufen, würde ich mal behaupten, zumindest habe ich davon auch nie wieder irgendwas gehört, nämlich hier mit The Football Company, 22, 23 der Saison, gab's digitale Trikots, so, und die, äh, Company davon, das Ding, The Football Company, lief wohl nicht ganz so prickelnd, würde ich mal sagen, Liquidation am 11.07.2023, habe ich hier gesehen, ähm, das heißt, das ganze Thema ist auch da, in Sachen Zukunft, und digitales Zeitalter, und das wollen die Leute aktuell, und mit der Zeit gehen, mal gucken, wie weit es mit den Collectibles geht, und wie weit das, ja, vielleicht Ähnlichkeiten hat, zu den digitalen Trikots, mit denen man es mal versucht hat, und die dann wohl auch, äh, gescheitert sind, hier hat's auch nochmal einer gebracht, hab ich ja gerade angesprochen, so ein bisschen Sammelkarten-mäßig, du hast ja sogar Partner-Rewe, so gib uns halt irgendwie, keine Ahnung, Sammelkarten im Rewe, oder so, oder wie, wie früher bei EM, WM, oder so, pack mir eine Sammelkarte, pro 10 Euro Einkaufswert, vom VfB dazu, oder sowas, ne, natürlich auch ganz simpel gedacht, ne, aber so vom Ding her, ich glaube, das würden mehr Leute abholen, als das, und natürlich, ne, wir sind beim Thema Online, wir sind beim Thema digitale Karten, auch schon beim Thema NFTs, ist das immer genau das Gleiche, und sowas, hab mir schon eine digitale Sammelkarte geholt, will jemand tauschen, mit einem Screenshot von der Kakao-Karte, ne, weil das ist ja das nächste Thema, klar, vielleicht ist das irgendwie ein Online-Wert, vielleicht ist das irgendwie ein Anlagenwert, und man kann sich da hoch traden, und hoch tauschen, was weiß ich, vielleicht bin ich einfach nicht tief genug drin dafür, und labere hier nur Scheiße, aber, ja, das, ich finde das schon durchaus witzig, diese ganzen Memes, weil du hast halt, wie, diese ganzen, ich glaube, Affengrafiken waren das da, diese Comic-Affen und sowas, von, von irgendwelchen NFT-Geschichten und sowas, mach halt einen Screenshot davon, und ich habe denselben Scheiß auch auf dem Handy, so, ne, also, ich sehe den Mehrwert überhaupt nicht so, außer, ich kenne mich halt damit richtig aus, mit, den Geschichten, wie ich damit reich werden kann, oder mich hoch traden kann, was weiß ich, aber sonst kaufst du halt ein scheiß digitales Foto, so, damit kannst du überhaupt gar nichts anfangen, so, so eine Karte, ich habe hier immer noch Sammelkarten von VfB, von 2007, von, was weiß ich was, hier rumliegen, die müssen nicht mal Sammlerwert haben, aber ich freue mich trotzdem, wenn ich sie immer mal wieder, als Schaltjahr irgendwie sehe, in irgendwelchen Sammlungen, die ich bei mir noch rumliegen habe, da ist halt Wert dabei, da ist emotionaler Wert dabei, bei diesen digitalen Kackkarten halt überhaupt nicht, ne, wenn ihr versteht, was ich meine, ähm, und da natürlich auch direkt die Memes weitergegangen, Thema Vorteile und so Geschichten, hier das nächste, bei den VfB Collectibles, bieten sie einen besseren Warteschlangenplatz an, für 189,30 Euro, also VfB Community war wirklich gut dabei, die Memes und auch die Empörung und dadurch eben die Memes und dadurch die Witze und sowas und Galgenhumor und sowas, war sehr, sehr gut, rund ums Trikot und rund um die Collectibles, muss ich auf jeden Fall sagen, genauso gut auch, weil man kann da auch miteinander tauschen, ne, man kann seine Karten tauschen und da finde ich bisher die Tauschangebote auch absolut Weltklasse, so, weil es ist immer das Gleiche, so, du erhältst Stergio, ich erhalte dafür Legendenkarte Kakao, du erhältst Dennis Simon, ich erhalte dafür Legendenkarte Timo Hildebrandt, es ist so geil so, also ich bin mal echt gespannt, ob das irgendwie Zukunft hat, wie aktiv der VfB da auch so ein bisschen das promotet oder da auch mal, ich sag mal, Zwischenstände abgibt, wie es läuft, weil, ne, dieses Thema von diesen digitalen Trikots, ich wusste, dass es, ich hatte es in meinem Kopf, dass es es noch gab, aber ich habe es überhaupt nicht mehr im Kopf gehabt, gar nicht mitbekommen, dass die hier liquide gegangen sind, dass das Thema vorbei ist bei dieser Football Company, dass, ja, der VfB hat jetzt, glaube ich, auch nie kommuniziert, dass das Thema ad acta gesetzt ist, keine Ahnung, wie viele Zahlen die da gemacht haben, wie vieles, ob das funktioniert hat, ob es Leute angenommen haben, das Thema digitale Trikots, weil, ey, wenn das Thema nicht angenommen wurde, digitale Trikots, wäre es ja noch witziger, wenn sie jetzt trotzdem sagen, ey, damals lief es halt maximal kacke, aber, ey, lass mal Collectibles machen, irgendwie auch nochmal eine witzigere Herangehensweise, ähm, auch ein bisschen schade bei der Sache, nur ein kurzer Punkt, aber auch ein bisschen schade fand ich, dass jetzt tatsächlich hier, für die Sammelkarten, bei einem YouTube-Video, Erklärvideo auf YouTube, für die Sammelkarten, tatsächlich Ricky Palm sogar, das Ding eingesprochen hat, so, ich verstehe es, der ist beim VfB, der ist da angestellt und so, ich weiß auch vielleicht nicht ganz, wie ich damit umgehen würde, in dem Sinne, wenn der VfB halt, wie es mal von ausgehen würde, auf ihn zukommt, ihn fragt, ey, willst du es einsprechen, ob ich dann da sagen würde, nee, finde ich eigentlich nicht so geil so, will ich nicht machen, aber danke, hört mein Podcast bitte am Mittwoch an, ne, so von dem Ding, aber schon ein bisschen schade, weil ich glaube, ein Ricky wäre, würde ich zumindest mal behaupten, nicht so positiv gestimmt, eigentlich auf die Collectibles und so Geschichten gewesen, würde ich mir zumindest vorstellen, auch so als, sag mal, na, normaler Fußballfan, vielleicht Fußballfan in der alten Schule, wie auch immer, glaube ich nicht, dass der sonst, keine Ahnung, vor einem Jahr doof gesagt, oder vor der VfB-Geschichte, mit STRVFB, das eingesprochen hätte, zu Collectibles und dafür Werbung gemacht hätte, bin ich mir nicht ganz sicher, ne, wie gesagt, gar kein, gar keinen Stress oder so, ich finde den Podcast immer noch gut, alles in Ordnung, ähm, aber ich bin mir da nicht ganz sicher und jetzt auch hier so ein bisschen, ja, wirr, weil er auch, glaube ich, ein Tag oder so nach was gepostet hat, irgendwas, irgendwie eine englische Anhörung gepostet hat, die auch eher negativ klingt in Richtung Collectibles und in Richtung so, ja, ja, diese Online-Karten, digitalen Sammelkarten und so, wie man da sein Geld verlieren kann und sowas, also verstehe ich nicht so ganz die Verbindung zwischen, ich rede das ein beim VfB auf YouTube, poste danach was Negatives dazu oder etwas, das belegt, dass es auch was Negatives sein kann dazu, verstehe ich nicht so ganz, auf welcher Seite er da jetzt genau steht, deswegen habe ich es ja auch mit reingenommen, weil ich da auch so ein bisschen verwirrt bin, gerne eure Meinung dazu, wie, ob ihr da irgendwas, wie ihr das lest, würde ich mal einfach sagen und ja, abschließend auch da noch mal ein bisschen, habe schon viel gesagt, aber auch da noch ein bisschen Meinung, wie es auch in der VfB, in der VfB in der Insta-Story schon kurz und knackig angesprochen hatte, so, das ist halt der zweite unnötige Quatsch in Folge, für mich als normaler Fußballfan, braucht das nicht und braucht das genauso wenig wie ein 190 Euro Ticket, Ticket, 190 Euro Trikot natürlich, Sammelkarten, Kakao für 250 Euro, Screenshots habe ich angesprochen, ja, dass man die Karten halt gerne machen kann, aber online braucht es das für mich nicht, das ist auch das andere Thema, das ich angesprochen hatte, so, wie vorhin auch gesagt, klar, du musst das auch nicht kaufen, du musst das auch nicht machen, bleibt immer das Argument, ist nur ein Angebot, muss keiner wahrnehmen, in Ordnung, aber, kann man das auch ein bisschen für zu hoch, nur zu weit gespannt sehen, was ich jetzt sage, was ich auch schon angesprochen habe, und wie es auch manche andere auch angesprochen haben, auf Twitter und so weiter, ist halt diese Form von, keine Ahnung, der Umgang, und was macht der VfB im sportlichen Erfolg, und was macht der VfB generell, weil es ist halt ein Verein, und der Verein lebt von seinen Fans, so, wir unterstützen den Verein seit Jahren, seit Jahren, haben sogar während Corona, ich habe es auch noch irgendwo bei mir rumliegen, dieses Fairplay-Ticket, quasi Soli-Ticket da, irgendwie, für den VfB, in den schweren, ja, finanziellen Zeiten, während Corona, und sowas tut alles, und so unterstützt den Verein, und dann hast du mal richtig sportlichen Erfolg, und dann kriegst du zwei Tage am Stück so einen Quatsch dahin, so einen teuren Quatsch, so einen hippen, modernen, sonst was Quatsch, aber eben, vor allem das wichtigste Wort, finde ich da, so einen Fußball-Fremden-Quatsch präsentiert, zweimal, Trikot für Arschvieh Geld, das irgendwie nach nichts Halbem, nichts Ganzen aussieht, und keine Verbindung zum Verein hat, und dann irgendwelche Collectibles, die dann irgendwie, keine Ahnung, auch nur nach einem billigen Cash-Trap aussehen, das ist halt, ja, weiß ich nicht, damit hat der VfB auf jeden Fall nichts Gutes getan, auch generell im gesamten, in der gesamten Fußball- oder im gesamten Bundesliga-Bubble, sag ich mal, gab es viel Aufsehen dazu, natürlich auch, natürlich meistens nicht positiv, klar, wie gesagt, wer beiden kann so sagen, du musst gar nichts davon wahrnehmen, musst das Trikot nicht kaufen, musst keine Collectibles sammeln, außer vom Ding her, musst du es auch nicht veröffentlichen, so, es braucht keinen Fußball-Fan, wir sind ein Fußball-Verein, 85.000 Mitglieder, die meisten davon, sag ich mal, ganz normale, stinknormale Fußball-Fans, wir sind auch Fußball-Fans der alten Schule, braucht kein Mensch, plus eben der nächste Punkt, vielleicht muss der VfB da auch ein bisschen aufpassen, oder es macht einem ein bisschen Angst, dass der VfB vielleicht da aufpassen muss, ja, im Sinne von nichts zu überdrehen, mit so, keine Ahnung, komischen, mit so komischen Maschen da, mit diesem teuren Trikot, diesen Collectible-Geschichten, Ticketpreise, vom Gefühl her, vielleicht liegt man da auch falsch, waren generell ja nie groß billig, Tickets, wird ja alles teurer, aber auch die Tickets, vielleicht ein bisschen aufpassen, dass man da nicht zu überdreht, weil man eben weiß, die gehen gerade eh weg, wie warm es sein will, weil der Hype da ist, dass da vielleicht der VfB ganz generell vielleicht ein bisschen aufpassen muss. Dann geht's zum Topspiel, und auch diesmal Topspiel-Ansetzung, nicht wie gegen Dortmund, am Samstagmittag, sondern am Samstagabend bei Eintracht Frankfurt, 18.30 Uhr, lege los mit ein paar Statistiken, hier wie immer auch wieder der Hinweis, gerne den Podcast anhören, wer es schon getan hat, wird auch hier ein paar wieder wiederfinden, ist ja schon seit gestern online, Donnerstag 16.00 Uhr, weil da natürlich auch meine Einspieler drin, diesmal nur einer, Länderspielpause gewesen, kein Spiel davor, aber eben der Einspieler dazu, Eintracht Frankfurt, und dafür arbeite ich ja auch immer, gut, mache ich ja eh privat, macht mir auch so Spaß, aber arbeite ich ja auch die Daten immer raus, deswegen nehme ich auch hier nicht immer alle Daten mit rein, hier in meinen Videos, sag ich mal, deswegen auch da gerne noch vielleicht für ein, zwei Sachen mehr, natürlich auch generell noch für viel Input zur Folge von den beiden Kollegen, gerne in den Pokernstadt reinhören, was natürlich sofort, was auch alle schon direkt angesprochen haben beim Duell in Frankfurt, das ist natürlich das Besondere, drei Spiele in Folge gingen 1 zu 1 aus in Frankfurt, dreimal VfB gegen Frankfurt, dreimal 1 zu 1, Tatsächlich gibt es keinen mit Frankfurt Vergangenheit im VfB-Kader, dafür aber natürlich zwei bei Frankfurt, nämlich Jens Kral und vor allem auch wichtig Omar Marmusch, der auch der beste SGE-Torschütze ist, auch vorne ordentlich Speed hat, Torschüsse hat, ja doch so ein bisschen den Mwani-Ersatz, da jetzt gibt, in Anführungszeichen unerwartet vielleicht, aber eben gerade der Nummer 1 Stürmer ist da vorne drin und der, wir wissen es ja, wir kennen es ja, ist ja der Klassiker, Ex-Spieler, da kann man schon vielleicht damit rechnen oder zumindest besonders Wert drauflegen zu gucken, dass der vielleicht nicht gegen uns trifft, weil das ja irgendwie fast immer Gott gegeben ist, dass dann der Ex-Spieler gegen den Ex-Verein trifft, im Gesamtmarktwert sind wir Tabellendachbarn tatsächlich, Frankfurt auf Platz 8 mit 188,5 Millionen, wir haben 8,4 Millionen weniger und damit eben auf Platz 9, aber auch da auf Augenhöhe das Duell, Duell Platz 7 mit 18 Punkten bei Eintracht Frankfurt gegen Platz 3 mit 24 Punkten bei uns, auch hier, wie wir auch, sind auch irgendwo bei 1, irgendwas, aber Frankfurt auch da keine große Abweichung mit 1,19 Punkten weniger als zu erwarten war in den Statistiken, haben wir wieder auf die Torverteilung geschaut, haben wir auch ein paar Mal gemacht, jetzt wieder mal wieder drauf geschaut tatsächlich, nach der 1,60. Minute bis zum Abpfiff treffen wir tatsächlich am liebsten, auch deutlich am liebsten, die Frankfurter am liebsten in der Anfangsphase, erste 15 Minuten, generell muss ich natürlich sagen, dass die Frankfurter deutlich weniger Tore geschossen haben als wir, deswegen ist da auch weniger Tore da quasi, um es weniger deutlich zu machen, sag ich mal, aber in den ersten Minuten treffen die gerne und eben zwischen der 61. und 75. Minute und das ist interessant, weil zwischen 61. und 65. Minute kassieren wir am liebsten unsere Gegentore, ganze 6, der 14 Gegentore, schon ein recht hoher Wert dann bei den wenigen Gegentoren bisher, in der Phase, Frankfurt noch weniger kassiert, die ist da defensiv echt ordentlich dabei, 11 Tore kassiert bisher und die verteilen sich echt über die 90 Minuten sehr, sehr gleichmäßig, ganz besonders knapp, ist auch krass, als ich das gesehen habe, die insgesamt gewonnenen Zweikämpfe, über die gesamte Bundesliga-Saison gesehen, insgesamt gewonnenen Zweikämpfe, trennt uns nur ein Zweikampf. Frankfurt ist auf Platz 4 mit 1078 und wir auf Platz 5 mit entsprechend 1077. Das ist schon wild, so. Nach so vielen Spieltagen, dass da nur ein Zweikampfunterschied ist, ist schon eine witzige Statistik. Besser sind wir ganz klar in den Kopfballduellen und wir schlagen auch tatsächlich deutlich mehr Flanken aus dem Spiel, nehme ich hier auch vor allem mit rein, weil Frankfurt die wenigsten schlägt. Platz 18 in der Bundesliga in Sachen, ja, geschlagenen Flanken aus dem Spiel, wir auf Platz 4 und auch krass, vielleicht auch da eben das Thema, dass sie auch deutlich weniger Tore schießen als wir, vielleicht so ein bisschen Manko von Frankfurt noch, den letzten Platz in der Bundesliga, Platz 18, die wenigsten Torschüsse in der Liga hat bisher Eintracht Frankfurt abgefeuert in der Saison, das ist schon ordentlich, wir sind da auf Platz 3, also da deutliche Unterschiede, jetzt kommt welche, wo Frankfurt deutliches Plus hat, was ich aber auch jede Woche aufs Neue gefühlt vorlese, was bisher auch in den Ergebnissen ja nicht wehgetan hat, weil am Ende lief es ja trotzdem immer gut, dreimal sind wir Dreizehnter, nämlich in Laufdistanz, in Sprints und in intensiven Läufen, da ist halt Frankfurt Fünfter, Vierter und Zweiter, deutlich, deutlich besser, Skiri muss man ansprechen, abhössefrei gewesen, war allen klar, so ist es, dass es ein Top-Transfer ist von Frankfurt oder ein sehr underrateder Spieler ist und der macht da weiter, wo er in Köln aufgehört hat und hat bisher die meisten Kilometer Laufdistanz abgespult in der Liga und vorhin angesprochen, dreimal in Serie 1 zu 1, noch interessanter oder was heißt noch interessanter, aber ebenfalls interessant, es sind noch zwei weitere Serien, weil Frankfurt ist echt, echt gut drauf, vor allem eben auch im Heimspielen, die haben seit über einem Jahr kein bunziger Heimspiel mehr verloren, 15 Spiele, 8 Siege, 7 Unentschieden, also das wäre schon ein krasser Bruch, wenn wir in Frankfurt gewinnen sollten und eben auch insgesamt aktuell eine Serie, wo sie 8 Spiele am Stück weltwebwerbsübergreifend nicht verloren haben, also das ist schon, das sind schon sehr, sehr ordentliche Werte, kommen wir gleich zu bisschen Aufstellungstipp, gleich natürlich PK, aber ich kann zum Aufstellungstipp schon mal sagen, dass es schon echt eklig ist und schwierig ist, weil wir eben vorne jetzt auch sehr, sehr viel wieder haben, durch Jerasi wieder der Fit ist und so Geschichten, ja, das wird schwer da vorne, habe mich schwer getan, habe eine Lösung gefunden, so ein bisschen, ich glaube selber nicht so ganz, dass die 1 zu 1 so kommt, aber zuerst in die PK rein oder noch eins vor der PK, nämlich Enzo Mio, da war ja die Geschichte mit seinem Schlag aufs Knie und da wurde schon früher kommuniziert, dass er wieder Anfang der Woche ins Mannschaftsring einsteigen kann und zu eben gab es jetzt auch nichts Gesondertes in der PK, also gehe ich mal da fest davon aus, dass der Mann fit ist für den Samstag, genauso wie Jerasi ist in einer guten Verfassung, sagt Hoeneß, natürlich müde von Reißen und den 90 Minuten Länderspiel in den Beinen, aber gut drauf und unverletzt, auch alle anderen unversehrt zurück, nur Massimo, leichte muskuläre Probleme und ein Nahteil mit der Langzeitverletzung fehlt auch weiterhin, aber sind ja beide nicht unbedingt wichtig in Anführungszeichen für Startelf oder gar fast Bank und ja, Jerasi heißt hier sehr positiv, wurde aber auch ein bisschen berichtet, dass da vielleicht ein bisschen noch ein leichtes Fragezeichen dran ist, wie gesagt, die Länderspielreise gegen Dortmund auch erst eingewechselt, da war das Comeback, jetzt hat er nochmal in der Länderspielpause vielleicht einer, der vielleicht eher von der Bank kommt, aber so positiv wie sie waren, kann es auch sein, dass er von Beginn anspielt und eben auch sehr positiv oder Thema von Beginn anspielen, Dennis Undaf hat er auch angesprochen, explizit ist auch eine Option, dass Jerasi und Dennis Undaf zusammenspielen, bei der Maske, die dazu beigetragen, dass wir erfolgreich unterwegs sind, eine günstige Situation für mich als Cheftrainer, sagt da Sebastian Hoeneß, haben wir ein bisschen auf die Dortmund-Elf draufgeschaut, Nübel, Anton Zagadou, Ito Mittelstädt, Karasso, Stiller, Leveling, Mio, Führig, Undaf, klar, das im Dortmund-Spiel musst du eh sagen, gibt es eigentlich keinen Grund überhaupt, irgendwen da rauszuwerfen, das war einfach eine Top-Leistung insgesamt, wie gesagt, selbst ein Leveling, also in Anführungszeichen selbst, was ein bisschen böse klingt, aber selbst ein Leveling hat mir gut gefallen, da auf rechts, Wingback-mäßig, Mittelstädt, sehr, sehr stark gewesen, deswegen, dem würde ich es auch noch nicht gönnen quasi, dass er aus der Startelf rausrückt, wenn er reinrücken kann, Wagnermann halte ich noch für zu früh, in der Startelf mit der Verletzung, plus war der auch einer der wenigen, wo ich sagen würde, auch nach der Einwechslung, dass er gegen Dortmund nicht so besonders war, nicht so am Start war, aber ey, wie gesagt, Ewigkeiten raus gewesen, also gar keine Kritik hier oder so, deswegen habe es ich mal so hingestellt, tatsächlich, das sieht natürlich brutal offensiv aus und wahrscheinlich wird sich auch viel in-game dann verändern, weil ich stelle es jetzt so auf Nübel, hinten drin, Viererkette in Mittelstadt, Ito Zagadou und eben ein Anton auf rechts, so wie es auch, wenn man es in der Viererkette baut, auch gegen Dortmund war, aber kann natürlich auch situativ sich wieder ändern in Dreierketten und so Geschichten, davor steht der Karasso eh gesetzt, aber eben vorne die Frage, wie mache ich es, weil die erste Version wäre auch gewesen, so Dreierkette und dann ein Leveling auf rechts irgendwie rauszustellen wieder, aber das klappt halt nicht so ganz, weil du halt eben vorne einen Führig rauslassen müsstest oder so und das sehe ich halt auch nicht, ich bin mal so gegangen, wenn er schon gesagt hat, dass Undaf und Gerasi auch bei mir beide zusammen spielen, kann man aber auch gut vorstellen, dass er Gerasi nochmal auch vielleicht von der Bank erst bringt, wie gesagt, Müdigkeit und sowas, vielleicht zur Halbzeit bringt, zur 60. bringt und auf eben Startelf rein, dann ist vielleicht der Platz wieder frei für jemanden wie ein Leveling in eine Startelf rein, sonst jetzt bei mir tatsächlich, weil die E-Four jetzt ständig durchwechseln, quasi in diesem 4-2-3-1, Mio und da Führig und dann davor Seru Gerasi, zu Frankfurt hat sich natürlich auch Sebastian Hoeneß geäußert gehabt oder auch zum Spiel, Flutlicht vor ausverkauften Haus, da wird es brennen, darüber freuen wir uns richtig, Gegner ist tough, sind in den Bundesliga, Pokal und Conference League gut unterwegs, es gibt aktuell wenig Herausforderndes, als auswärts in Frankfurt zu spielen, schön sich messen zu können, die Frankfurter bringen Variabilität mit, wenn sie Raum haben, können sie mit viel Speed und großer Dynamik, wir werden gefordert sein und natürlich auch, wir müssen uns immer im Grenzbereich bewegen, uns am Limit, unter Limitzeiten und Punkte zu holen, wir wollen alles, was möglich ist im letzten Spiel dieses Jahr herausholen und das finde ich einen schönen Satz hier nochmal mit einer Mischung aus Respekt vor dem guten Gegner und eigenem Selbstvertrauen, weil, habe ich auch schon ein paar Mal angesprochen, auch im Sinne von Hype und ich habe Bock angesprochen, in den nächsten Wochen, Leverkusen, Bayern, Dortmund, Frankfurt, Bremen, Augsburg, da kommt schon einiges auf uns zu und dafür den letzten Satz sehr gut, Mischung, Respekt brauchst du immer, nicht überdrehen, aber eben auch eigenem Selbstvertrauen, habe ich auch angesprochen, in so eine Phase reingehen, mit so schweren Gegnern, mit so Top-Spiel-Ansetzungen sage ich mal reinzugehen, gab schon Phasen bei uns, wo du da deutlich weniger Selbstbewusstsein hattest, weil gerade läuft es ja einfach brillant, deswegen, eigenes Selbstvertrauen auch sehr, sehr wichtig, sich da auch dementsprechend, ich sag mal nicht klein zu reden, auch vor so Duellen, das waren sie ja offensichtlich noch nicht und gegen Dortmund hat es ja auch sehr eindrucksvoll bewiesen, dass wir das nicht tun, soviel zu Frankfurt und, wie vorhin angesprochen, er ist hier mit dabei, in dem kleinen Einspieler, Ehrenmann Benni, gerne auch hier nochmal Danke in die Kommentare schreiben und so weiter, absoluter Ehrenmann, der hier kurz noch für einen Einspieler mir ein Audio geschickt hat und das hier, ab dafür. Eintracht Frankfurt gegen den VfB Stuttgart, 58.000 Zuschauer, Flutlicht, Topspiel, klingt nach einer geilen Partie und ich glaube, das wird es auch, den vergangenen Spielen nachzugehen, müsste es eigentlich ein 1 zu 1 werden, aber das glaube ich mit Blick auf die offensive Ausrichtung der beiden Mannschaften jetzt eher nicht. Ja, die Eintracht ist in die Saison eher schwierig gestartet, wir hatten halt auch einen riesigen Umbruch, Topmöller, ganz neuer Trainer mit einem neuen Stil für die Eintracht, ganz anders als Glasner oder Hütter vorher, die ja eher so, ja vielleicht so eher den RB-Fußball gespielt haben mit Konter und Pace, Pace, Pace nach vorne und halt nicht so diesen Ballbesitz Stil, den Topmöller jetzt bei uns implementiert hat, den auch Stuttgart mit Hoeneß eher spielt. Ja, und das wird insofern ein ganz interessantes Duell, weil es halt in dem Sinne zwei ähnliche Mannschaften sind. Ich glaube, bei uns ist es so, dass wir eben erst relativ spät in die Saison wirklich reingekommen sind. Eigentlich hatten wir und Stuttgart ein ähnliches Startprogramm, aber Stuttgart hat es deutlich besser genutzt als die Eintracht. Ja, mal sehen, was passiert. Ich glaube, für uns ist es schlecht, dass Koch ausfällt. Der sollte auch eigentlich in den Nationalmannschaft berufen werden. Hat nicht geklappt, weil er jetzt verletzt ist. Ja, man muss halt auch sehen, wie es ist mit den Nationalspielern, ob die jetzt müde sind, aber ich denke, das Problem hat Stuttgart auch. Ja, mal sehen, was passiert. Für mich gilt am Ende in Mamouche We Trust. Ja, mal gucken, vielleicht schafft er es ja seinem Ex-Klub einen einzuschenken oder vielleicht auch zwei oder mehr, mal gucken. Ja, mal sehen, was da wird. Auf jeden Fall hoffe ich, dass vielleicht Gracie nicht ganz so fit ist, vielleicht kann er nur eine Halbzeit spielen, das wäre auf jeden Fall für die Eintracht wahrscheinlich nicht schlecht. Wie gesagt, vielen Dank an Benni hier für den kurzen Einspieler und die Frankfurt-Expertise mit rein und auch er, wie soll man auch nicht, wie soll man auch nicht, er hat auch brutal Bock auf das Spiel. Ich muss auch sagen, dass ich mich heute morgen noch vor der Aufnahme hier am Freitagmorgen erwischt habe bei fast, ohne Witz, kann ich es übertrieben halten, aber wirklich bei fast Gänsehaut vorfreut. Als ich mich kurz überlegt habe, ey, morgen Frankfurt 58.000 ausverkauft, 6000 VfB-Fans circa mit dabei, Topspiel der Woche, beide Fanlager, geile Stimmung, beide Teams top drauf, also berechtigtes Topspiel, wie gesagt, da so ein bisschen schon fast Gänsehaut bekommen bei der Vorstellung vom ersten, ich sag mal, komplett mit 6000 Auswärtsfans, alle im Stadion, Anpfiff-mäßig, angestimmten Fangesang, schon leicht Gänsehaut bekommen bei der Vorfreude, also ich habe brutal Bock da drauf, also wirklich Endstufe, ich habe richtig Bock auf das Spiel. Natürlich, muss man sagen, also hoffentlich hält das Spiel auch das, was man sich verspricht, aber ich gehe da mal ganz fest davon aus, bin dann natürlich auch noch einen Tipp schuldig für das Spiel, 1-1 und so, ich glaube, Unentschieden ist auch nicht unrealistisch, bei dem Spiel muss ich auch sagen, Frankfurt, Ewigkeiten sauer so ungeschlagen, aktuell auch lange ungeschlagen, das ist alles andere als einfach, das ist alles andere als einfach, nach Frankfurt zu fahren und zu sagen, die schlagen wir auch, ist sehr, sehr einfach oder zu einfach, deswegen in Frankfurt würde ich einen Punkt auch absolut mitnehmen, bin ich ganz ehrlich, einen Punkt würde ich absolut mitnehmen, Frankfurt wird natürlich dann das vierte Unentschieden am Stück werden, so 1-1 sehe ich fast sogar zu niedrig, ich glaube, da fallen schon ein paar Hütten, deswegen wäre so ein bisschen 2-2 so ein bisschen der realistische Tipp, sag ich mal, der Tipp ohne Fanbrille, der Tipp mit Fanbrille, der Tipp mit Auswärtsticket in der Hand quasi, ist ein 2-3-Auswärtssieg, Spektakel, Auswärtssieg im Top-Spiel bei Eintracht Frankfurt, auch Frankfurt einfach immer wieder eine Reise wert, allein von der Stimmung her, von Ergebnissen auch oft, also wir haben gar nicht so, gar nicht so schlecht dabei in Frankfurt, oft der VfB in Sachen Niederlage gegen Siege und gegen Unschieden in den Bilanzen und ist dann auch eins von meinen Top-Stadien, wo ich oft war, habe ich auch mal noch hier dazu noch rausgesucht für den Part hier, 2013 war ich in Frankfurt, 2016, 2017, 21, 23, also 1, 2, 3, 4, 5 Mal, das 5. Mal wird es dann werden, in München war ich, oder werde ich dann auch das 5. Mal gewesen sein, wenn es dann im Dezember nach München geht, 2012, 19, die beiden Male in 22 und dann eben 23 und auch Augsburg, da kommt erst in der Rückrunde das Spiel, aber da war ich sogar schon 5 Mal, 2016, 2018, 19, 21 und 23, das sind so meine Top-Stadienreihen an der Menge, wie oft ich da war, natürlich auch die näheren Stadien ist ja auch ganz klar, so brauchst du auch keinem erklären, aber ja, ich habe brutal Bock, ich habe brutal Bock auf dieses Spiel, ihr bekommt natürlich auch wieder dann wahrscheinlich irgendwann, ja, sag mal Samstag Nacht, Samstag auf Sonntag irgendwann, wenn ich eben zu Hause bin, diesmal auch nicht unterteilt, weil macht dann einfach keinen Sinn, dann Spielfazit und so weiter, Staff aus dem Stadion und dann natürlich wieder in dem Video gebündelt, von Samstag auf Sonntag und hoffentlich hat man dann auch was zu feiern, ergebnistechnisch, weil ich glaube, stimmungstechnisch haben wir auf jeden Fall was zu feiern in Frankfurt. Dann kommen wir immer noch zum letzten Punkt, nämlich den Spieltagstipps zum schon zwölften Spieltag dann tatsächlich, Köln gegen die Bayern ist heute Abend schon, ich glaube nicht, dass da viel drin ist für Köln 1 zu 3, für die Bayern vielleicht geht es sogar auch höher aus, da gehen wir auf 1 zu 3, wie gesagt, auch hier sage ich ja ständig, es läuft nicht so krass, auch nicht, kommt jetzt scheiße, aber auch nicht so krass in der Tippgegründe, also die Dinger hier sind nicht zum Nachahmen da, die Tipps. Dortmund gegen Gladbach, 3-1 für mich, klarer Dortmund-Sieg, die schlagen Gladbach ja recht häufig, gerade auch zu Hause glaube ich. Union gegen Augsburg, das ist der erste Union-Sieg, vielleicht so ein bisschen in Anführungszeichen neuer Trainer-Effekt, wie auch immer, so sehr ich auch, so ein bisschen meine, ja, Hass ist natürlich übertrieben, aber meine Abneigung und sowas habe gegenüber Union, ich glaube, so langsam fängt es dann schon an, dass sie ihre Siege holen und so ein 1-0 gegen Augsburg wäre eigentlich so der perfekte, perfekte Start für Union Berlin. Freiburg gewinnt 2-1 zu Hause gegen Darmstadt, glaube ich, nicht deutlich, aber knapp holen das die Freiburger. Wolfsburg-Leipzig, 2-2 unentschieden. Bremen verliert knapp gegen Leverkusen, wenn man schon mal denkt, der Lauf von Leverkusen noch geht, aber ich glaube, in Bremen endet er nicht, 1-2, Frankfurt gerade schon gesagt, 2-3 gegen VfB, was natürlich brutal wäre, auch das torreichste Spiel des Spieltags dann, weil Heidenheim 2-1 zu Hause gegen Bochum gewinnt, bin ich mal gespannt. Bochum natürlich auch brutal wichtiges Spiel für die, aber ich glaube, Heidenheim kann das zu Hause echt wuppen und zum Schluss noch Hoffenheim gegen Mainz und da geht es, glaube ich, echt böse für Mainz weiter, weil ich sehe es irgendwie nicht so ganz, dass sie da gewinnen oder gar was holen. 2-1 für Hoffenheim ist da mein Tipp und dann sind wir durch hier mit der Podcast-Episode VfB aktuell, VfB vor Frankfurt, wie man es nennen will, wie immer natürlich gerne, falls ihr nicht getan habt, die Kommentare zuballern, gerne alles rein, was ihr euch so einfällt zu den Themen, die ich hier besprochen habe, waren ja ein paar Kontroverse dabei, Trikot, Collectibles, wo ich glaube jeweils so ein bisschen auch, ja, einfach viel gelabert habe, so nicht so ganz auf den Punkt gekommen bin, aber so ist es oft auch mal bei mir, aber eben kontroverse Themen, Frankfurt Stuttgart, ich glaube der Hype ist auf jeden Fall da, auch gerne dazu ein paar Kommentare unten rein und natürlich auch wie immer gerne Like und kostenlos das Abo da lassen, ganz klar Geschichte, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.